hallo und recht herzlich willkommen auf meinem kanal und zu einer neuen folge ja ihr seht es final fantasy 15 leute ich habe schon lange nicht mehr gespielt ich war ganze zeit eigentlich mit horizon zero dawn beschäftigt und ich habe gar keinen plan was wir hier machen müssen jetzt überhaupt so wenn euch das video gefällt würde ich mich sehr freuen wenn ihr mir am ende doch ein like da lasst einen kommentar oder auch ein abo würde ich mich sehr darüber freuen so aber jetzt würde ich sagen schauen wir mal was wir jetzt hier machen müssen überhaupt ich habe jetzt hier gerade die quest aktiv duell der giganten das ist ein haupt quest oder ich weiß gar nicht mehr muss erst mal wieder schauen aufgaben der giganten klar schiff das ist müsste ich die haupt quest sein der giganten ah das ist die neben quest praktisch fürs fotografieren ja gar nicht so weit weg eigentlich ich würde sagen die machen wir doch mal dass wir da mal ein bisschen mehr gill bekommen also gill ist die wehrrunde in dem spiel schauen wir mal dass wir da ein bisschen mehr bekommen stufe 27 und 26 alles klar so wir schauen wo unser auto ist hier ist unser auto ist der vollgetankt tanken voll tanken muss ich da wieder ein bisschen rein fuchsen die steuerung wie gesagt ich habe schon länger nicht mehr gespielt so tank ist wieder voll okay dann steigen wir doch mal ein einsteigen und automatisches fahren natürlich zum aufgabenziel Duell der giganten Duell der giganten okay dann fahren wir doch mal Duell werden wir uns jetzt wieder das anschauen müssen die zwei minuten fahrt das hätten sie auch machen können dass man eigentlich zu jeder quest sage ich mal einfach hin hin porten kann wir müssen das taelpa tal von der nordseite fotografieren okay schauen wir nochmal ob wir das hinkriegen ich denke schon ein kilometer noch wo diese angaben ja hier in dem game eigentlich nicht zu treffen würde ich sagen ein kilometer sind jetzt zehn kilometer ich denke mal dass da die luftlinie gemeint ist ich denke mal ein kilometer ein kilometer ich denke mal ein kilometer ich denke mal ein kilometer So, wir sind ziemlich nah dran jetzt. Ich glaube, die halten jetzt eh schon an. Lassen wir das Auto hier stehen. Okay, alles klar. So, 17 Uhr. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen beeilen jetzt. Leute, ich glaube, dass wir dann nachts nicht groß fotografieren können. Wie war das mit dem Schokobus holen? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Schokobus werden. Los, Kleiner. Mal, dass wir jetzt da hochkommen, wenn wir komplett wieder rumrennen müssen. Oh, kommen wir hier nicht durch, oder was? Diese Hitze. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Den können wir eh schon wieder vergessen, die Quest, glaube ich. Bis dann! Braver, Junge. Schauen wir mal, ob wir das jetzt noch hinkriegen. Ich glaube, wir müssen nämlich da hoch auf den Turm hoch. Aber wahrscheinlich wird es jetzt zu dunkel schon wieder sein, zum Fotografieren. Hier wäre ein toller Ort für ein Foto. Na los, dann macht man mal eins. Ist das nicht zu dunkel für ein Foto? Lass uns bis morgen warten. Oh, je, 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 je. Ey, das ist ja blöd jetzt, Leute. Jetzt muss ich wirklich... Jetzt reicht mir das nicht mehr. Ist hier irgendwo... Ein Zeltplatz oder sowas? Ah, da müssen wir da hin. Wo ist denn die letzte Unterkunft? Das ist ewig weit weg. Nein, das machen wir nicht. Ei, ei, ei. Okay, dann gehen wir mal da hin. Das hilft jetzt nicht. Schauen wir mal, dass wir da übernachten können. Sehr, sehr ärgerlich jetzt. Kommen wir hier wieder nirgendwo durch wahrscheinlich. Das ist ja nicht. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ok, dann drehen wir mal um. Genau das habe ich gemeint. Kann man lieber Bayer nennen. Die sind ein bisschen zu stark für uns. Das wird nichts. Geht schon. Komm schon, Zeit für eine Pause. Hey Noct, über dir. So, wir müssen jetzt hier hoch, glaube ich. Jipp, da hoch und dann der Straße entlang. Sehr, sehr ärgerlich jetzt grad. Aber das hilft ja nicht. So, ich bin jetzt schon zu sind. ist das heiß ja schon abends kann er gar nicht mehr so heiß sein 100%ig spawned ist hier irgendwas wenn er so muss schauen ob man gleich hier rauskommt ja mit den schokobus geht sie kann man ziemlich schnell abhauen ich brauche ein nickerchen wo sind wir denn jetzt okay der gabelung wieder links können wir gleich da oben übernachten machen wir die karte auf gehen wir gleich hier her da wollen wir hin ist nicht ganz so weit ja genau so leicht geht es dann doch nicht wenn die klappe zu monstert wird so und wenn ich hier runterkomme alles klar so mach dir den absteigen komm ja steig ab komm packer jetzt nicht hier was ist denn jetzt los absteigen wo ist denn jetzt los warum steckt er denn jetzt nicht ab wo steckt er sich nicht ab oder was schokobus danke mein gott ist da warte tausend mal drauf gedrückt funktioniert nicht übernachten wir jetzt mal wir sollten erstmal etwas essen ja ja komm Brut Sprechern wir das doch mal Ist das etwa Gentiana? Tatsache War sie denn überhaupt dabei? Gentiana war doch gar nicht da Wenn sie auf dem Foto ist, dann Muss sie wohl da gewesen sein Seltsam Ich erinnere mich gar nicht, dass sie da So Und jetzt würde ich sagen So, ich bin bereit zum Ab Ab, zurück Spruch Und ihr? Ich bin noch müde Jetzt haben wir eine Abkürzung oder so Dann kann man auch wieder nicht entlang Eieieiei Zurück zum Regalier Geht das? Okay, dann würden wir uns einiges Den Weg ersparen So Sehr gut Jetzt Hier haben wir erstmal Schoko berufen Danke Na komm hier jetzt Also dann Auf geht's jetzt Komm Hier räume ich auf Ich reite voraus Kauke Fischer hier Fischer Kommen wir nicht durch Dann machen wir hier durch Ja Also Wege sind schon ziemlich krass gesetzt Ich finde ich Also ziemlich weit alles Aber wir wollen jetzt ja auf jeden Fall Das Skill holen Also das Geld halt Die Währung Macht mir bitte keine Vorwürfe Seid froh, dass es überhaupt was gab Ohne Zutaten kann ich nicht kochen Vielen Dank Mein kleiner Chocobo Hier müsste ich immer jeden Tag so viel fressen Vielleicht wenn man nochmal ein Brot isst Kann ja nicht sein hier Machen wir hier das Foto? Ja Komm her Fotografieren Achtung Aufnahme Okay Von der Südseite Alles klar Dann werden wir wieder nicht durchkommen wahrscheinlich, oder? Los kleiner Dann werden wir wahrscheinlich wieder nicht durchkommen Nein Also das ist ein Schmarrn wirklich Warum machen sie das hier denn nicht auf? Ich werde wieder komplett einen Weg zurückrennen Dann machen wir mal geil Gehen wir zurück zum Regalia Und dann fahren wir dahin Ich glaube, dass es gescheiter ist So So, automatisch fahren Fortsetzen Neuer Tag Neues Glück Ja Auf geht's Oh, hier wäre eh eine Straßensperre Okay Kann man den eigentlich tunen, dass der mal schneller fährt? Geht das? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst Das wäre natürlich geil, wenn es schneller gehen würde Guck mal, Musik an Tika, tika 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 What the fuck? Oh, ein Wildwechsel Meine Güte So viele von denen Wo die wohl alle hin wollen Wird ihnen am liebsten folgen und es herausfinden So, es fängt jetzt regnen an. Machen wir das Dach zu? Okay, sind wir schon da? Regen. Ich glaube, dass wir gleich fotografieren können von hier. Jep, fotografieren. Fotozeit. So, gehen wir zurück, Jungs. Okay, we've, äh, Bericht erstatten. Drei Kilometer. Steigen wir doch mal ein. Und... Fortsetzen. Fortsetzen eigentlich aus. Okay. Wir haben eigentlich schon relativ viel von der Karte aufgedeckt, muss ich sagen. Bin ich eh gespannt, wie lange das Spiel überhaupt noch geht jetzt. Aber ich denke mal, dass ich vielleicht bei der Hälfte oder was bin, ich weiß nicht. Max Level soll ja glaube ich 50 sein und ich bin ja schon jetzt Level 27. Ich würde sagen, wir machen aber auf jeden Fall nach dieser Quest hier, wenn wir abgegeben haben, machen wir dann mit der Hauptquest weiter. Schauen, ob wir das schon packen und es wird wieder schön, die Sonne scheint. Wahnsinn, ich bin jetzt vielleicht fünf oder sechs, sagen wir mal sechs Kilometer gefahren und der Tank ist halb der. Was hat denn der für einen Spritverbrauch? 30 Liter auf keine Ahnung wie viele Kilometer. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020